Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Kommandos 2 HD Remaster. Mein Name ist der Hetz. Ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Nachdem wir eine Wahnsinnsmission hatten in das Boot lautlose Killer 5 Stunden, was schon echt, echt heftig war, kommen wir jetzt zur nächsten Mission und zwar der Weiße Tod. Meistere mit den Marien die Anforderungen dieser Mission und befreie dein Team, das gefangen gehalten wird. Let's do it. Ja und sollte dir natürlich dieses Video gefallen, hinterlasse ein Däumchen und ein Abo, wenn du magst. Das würde mir helfen. Und ich bin gespannt, ob uns diese Mission auch wieder 5 Stunden beschäftigen wird oder ob wir jetzt ein bisschen entspannter durchkommen. Ich befürchte aber ja nicht. Mai 1941. Die von deutschen U-Booten versenkte Tonnage erreicht in diesem Monat mit 700.000 Tonnen einen neuen Rekord. Die kalten Gewässer der Nordsee sind für die alliierten Schiffe am gefährlichsten. Das Gebiet wird ständig von deutschen Zerstörern und U-Booten patrouilliert, die sich zudem auf Luftunterstützung durch Flugzeuge verlassen können, die in Norwegen, Dänemark und Norddeutschland stationiert sind. Das Dritte Reich verteidigt diese Gewässer mit aller Kraft. Sie sind der Zugang zu ihren wichtigsten Werften, Häfen und Industrieanlagen in Norddeutschland. Für die britische Marine ist dieses Seegebiet absolut tödlich. Die enormen Eisberge, die Minenfelder und die ständigen Patrouillen der Deutschen machen diese Seewege zum Albtraum der englischen Flotte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Haim properlyえT�데ktion touchen mit der Beteilung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, gefangen genommen. Ah ja, hier ganz cool, ohne irgendwelche Klamotten an. Gut gemacht, aber ohne Arktisschutzkleidung kommt keiner von uns lebend aus dieser Kälte raus. Okay. Was müssen wir denn machen? Kontaktieren Sie den Pionier. Sekundäre Hinweise nix, okay. Bis jetzt gar nix, okay. Wo bin ich denn? Soldat? Zu Ihren Diensten. Ah, wir sind hier, alles klar. Okay, was kann er denn? Er kann Faustschlag oder Kählen. Ich bin für Kählen. Wird sofort erledigt. Okay, warte mal kurz, kann man warte mal ganz kurz. Wie war das? So war das? Ähm, machen wir mal. Warte mal, wie war das mit... Achso, hier mit Dingsbums. Momento. Ich muss mich erst mal wieder zurechtfinden. Ähm... Warte mal zu. Ja, komm. Safe. Ist in Ordnung. Zack. So, warte. Wir machen mal... Warum nicht? Warum nutzen wir es halt nicht? Ich fürchte, das ist unmöglich. Ach komm, hör doch auf zu spinnen. Nimm dich hin. Alles erledigt. Na komm. Wie Sie befehlen. Das ist grad... Die Sicht ist grad echt... Bisschen doof. Ne, wir warten nochmal kurz. Und wenn er sich umdreht, ist er dran. Wie Sie befehlen. Oh, ich hoffe, das ging nochmal gut. War schonmal, äh, ziemlich... Ähm... Und cool. Und ne Knarre. Immerhin. Immerhin. So, jetzt können wir wieder ausstehen. Ja. Und das mit der Sicht ist so ne Sache hier, echt. Äh, mach mal die Tür zu. Die irritiert mich jetzt grad. Du zuvor erledigt. Ähm... Was haben wir hier noch drin? Nix. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier? Unter ihmchen. Oh ja. Why not? Hm... Genau. Zieh die mal an. Jetzt gehen wir mal hier hin. Hier ist irgendwas. Ablenkung an Wände klopfen. An Wände zu klopfen ist ein Weg, um Feinde abzulenken. Verwende die Q-Taste. Wähl die Aktion im Waffenbereich aus. Klicke auf eine Innenwand und der Kommando wird an diese Wand klopfen. Feinde innerhalb des Hörbereichs werden nachsehen, wo das Geräusch herkam. Und eventuell der Ursache weiter auf den Grund gehen. Alles klar. Ähm... Hier ist ja nix, ne? Genau. Hier. Ähm... Da geht's weiter. Drehen. Ähm... Wie? Ah, okay. Alles klar. Okay. Das war's. Ähm... Wir drücken mal Q. Warte, erstmal legen wir uns hin. Ja. Ach, wo ist denn das Messer? Das war Kinderkram. Wo ist denn das Messer? Ich bin dabei. Wo ist das Messer? Wo liegt das Messer? Ja. Bin unterwegs. Okay. Haben wir... Okay, Messer haben wir wieder. Es ist immer doof, dass er das wegschmeißt. Ähm... Ja. Okay, mach mal Q. Aha. Kommt der jetzt, der Typ hier oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Was ist denn hier? Wieso ist denn Alarm? Irgendwie... Ich hab nur noch gar nichts gemacht. Wo sind meine Klamotten und wo sind meine Klamotten und wo ist mein Messer und so weiter? Hm. Okay, jetzt Knarre. Ist natürlich alles äußerst ungünstig. Na, das haben wir. So. Äh... Okay. Ja, ja. Ist okay. Nimm den mal weg da, der Typie. Hallo, steh mal auf. Das war's. Bring den mal da rein. No, unser Kameraperspektive ist hier nicht. Ist hier noch irgendwas, was interessant wäre? Dazu bin ich bestens geeinigt. Halt, halt, halt. Hier ist noch was. Gift ist hier. Und eine Flasche. Okay. Okay. So, okidoki. Messer. Knarre hat er nicht. Der hat doch noch... Warte mal kurz. Moment, das geht gar nicht. Äh, halt. Mach nochmal auf. Ich bin dabei. Die Kamera... Also, die Kamera ist wirklich... Extremst heftig. Äh, oh. Bin unterwegs. Gerade in so kleinen Gegenden. Aber das war ja damals nicht anders, ne? Also, das ist ja nicht von einem Entwickler so, sondern, ähm... Das war ja damals schon so. Und, äh... Ich bin dabei. Da haben sie ja nichts dran verändert. Okay. Der Typ ist da hinten. Das müssen wir irgendwie ablenken. Der geht jetzt. Okay. Alles klar. Wir machen mal... Quick Save. Alles erledigt. Ich bin unterwegs. Ach, komm. Oh. Das war's. Natürlich... So... So... Sollte man es definitiv nicht machen. Bin unterwegs. Das war's. Ah Gott. Manchmal geht's auch so. Natürlich Alarm. Das ist klar. Hm? Aber ist okay. Wir haben es über... Überstanden. Ist jetzt nicht, äh... Glorreich gelaufen. Ablenkungssender. Nochmal ein First Aid Kit. Nochmal ein Geheimnis. Das ist schön. So, wir drehen mal um. Ja. Ist auch doof. Ähm... Was ist denn hier los? Wir fahren durch Kälte. Die frostigen Temperaturen der arktischen Mission können für deine Männer tödlich sein. Befindet sich einer deiner Kommandos im Außenbereich, wird seine Ausdaueranzeige sinken. Sobald sie null erreicht, fängt die Lebensanzeige an zu sinken. Verhindere dies, indem du einen alliierten arktischen Anzug trägst oder einen deiner Feinde stiehlst. Bedenke, dass Anzüge von Feinden nur für eine begrenzte Zeit verwendet werden können. Sei vorsichtig. Alles klar. Okidoki. Ähm... Hm? Mal kurz checken. Ähm... Knarre nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Oh, Gewehr. Ähm... Da muss ich hier echt mal ein bisschen was zurechtfriemeln. Hm... Das Gewehr würde ich nämlich schon gerne mitnehmen. Ähm... Haben wir hier noch was? Nein, hier ist nix. Bin unterwegs. Gehen wir da nochmal rein. Oh, Enterhaken. Dann lassen wir mal das hier. Ähm... Rationen. Mann. So wenig Platz. So wenig Platz. Sieht... ...free aus. Voll die beklemmende Mucke gerade. Äh... Eigentlich wollte ich hier nicht durchgehen, aber na gut. Ist hier irgendwas interessantes? Nein. Okay. Geh mal zurück. Und du sollst eigentlich... ...hier mal hochgehen. Erstmal gucken, was da los ist. Okay, ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Ah, er hat nur geguckt, ne? Bin unterwegs. Boah, das war knapp. Okay, ähm... Da sind zwei Typis. Bin unterwegs. Das ist ja jetzt nur schauen. Also... Also... Eins... Da hinten ist einer. Den würde ich gerne ausschalten. Zwei. Okay, der kommt hier lang. Wenn der sich umdreht, kann man ihn wegputzen. Okay. Hat aber den Nachteil, dass da auch noch einer langläuft. Das heißt, den müssten wir irgendwie entsorgen. Okay, der ist mir hier ein bisschen suspekt. Okay, der kommt jetzt. Jetzt geht der runter. Dann machen wir den jetzt fertig. Okay, nochmal... ...vorher safen. Äh, alles klar. Okay, ballern wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber kann man auch. Das war's. Das ist ein bisschen Rambo-Taktik. Geht auch. Kann man machen. Aber sollte man nicht machen. Bei Kommandos ist eigentlich dazu ausgelegt, ähm... Tarn täuscht zu machen. Aber ich möchte versuchen, ein bisschen offensiver zu spielen. Dazu bin ich fest zu sein. Vielleicht gelingt es uns, ja. Okay. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir auch mit. So, okay. Alles klar. Den haben wir ausgezogen. Den könnten wir eigentlich mal entsorgen. Alles erledigt. Okay, wir gabeln den mal hoch. Okay, runter. Ich bin dabei. Muni. Gehen wir auch mit. Ja, die Mucke ist cool. Also die gefällt mir richtig gut. Ja, ähm... Weg damit. Dazu bin ich bestens geeignet. Kippen. Munition. Okay, kann man mitnehmen. Sehr gut. Okay. Okay, dann haben wir das halbe, ähm... Ding schon erledigt. Ja. Können wir eventuell auf der anderen Seite rumkrepeln. Dann haben wir hier oben das Deck schon mal frei. Lautlos. Ich fürchte, das ist unmöglich. Okay, alles klar. Wir müssen uns durchs Deck durchkämpfen. Halb so wild. Ich bin dabei. Ja, dann gehen wir mal runter. So. Wir sind von da gekommen, glaube ich. Ja, genau. Von da sind wir gekommen. Ach, Mann. Das war's. Wir müssen da lang. Bin unterwegs. So, da ist die Tür. Jetzt gucken wir mal... ...ob hier noch welche sind. Ja, da sind noch welche. Könnten wir gleich mal ausschalten, glaube ich. Ach, das ist immer mit Escape, ne? Das ist unglaublich. Na, Kinderkarten. Wir drehen das mal um. Ja, irgendwas. Nein. Wir könnten aber auch hier mal hochgucken. Ich bin dabei. Haben wir hier jetzt? Okay, alles klar. Nichts zu machen. So sollte man es nicht machen. Ich mach's momentan trotzdem so. Und das ist... ...vielch nicht ganz so schlau. Und es zumindest mal Ruhe. Okay, haben wir hier noch irgendwas zum... ...Luki-Luki machen? Nein, da hätten wir noch mal die Luke. Ich guck mal. Und hier geht's auch noch mal raus. Ah, dann sind wir da. Alles klar. Alles klar. Und da kommt auch noch einer. Bin unterwegs. Gehen wir erst mal hier hin. Bin unterwegs. Ja, da ist doch frei. Da können wir doch. Wie gesagt, ich mach's grad wirklich sehr offensiv. So sollte man es normalerweise... Wie gesagt, nicht, Mann. Oh, Handgranaten. Und Gift. Okay, dann nehmen wir die Kippen weg. Ja, genau. Kippen können wir nicht mehr mitnehmen. Das ist echt doof. Ist sonst noch irgendwas? Hier ist ansonsten nix weiter. Okay, da runter. Okay. Dann geh mal. Dann gehen wir jetzt hier raus. Ja. Und erledigen den Typen. Ach, jetzt sind wir hier oben. Okay, hier ist nix weiter. Dazu bin ich bestens geeignet. Alles klar. Okay, dann müssen wir wieder runter. So, dann sind wir hier. Ich wechsle mal... ... auf die MP. Gucken wir, was uns da erwartet. Okay, der eine Typ. Ach, dass ich das immer wieder... ... macht der Gewohnheit. Sorry. Alles erledigt. Okay, machen wir mal lautlos, wenn es möglich ist. Bin unterwegs. Nix. Wie? Okay, der hat nix dabei, was interessant wäre. Trotzdem muss ich die mal wegnehmen. Ich brauche mein Zeugs. Ich brauche nämlich mein Messer. Ich bin dabei. Okay. Um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Danke. Dazu bin ich bestens geeignet. Er hört da nicht, okay. Bin unterwegs. Ja. Laut und leise. Laut und leise. Gutes Deutsch. Und man... Ne, halt. Den nehmen wir mit. Ja. Safen. Unbedingt. Dann haben wir das Ding hier eigentlich schon clear. Bin unterwegs. So. Kippen können wir auch mitnehmen. Okay. Haben wir. Das Messer fehlt, ne? Das Messer fehlt. Zu voll. Ah. Zu voll. Kippen wieder ablegen. Alles erledigt. Okay. Nimm das mit. Okay. Dann können wir jetzt hier hoch. Bin unterwegs. Ich kann zwar gerne aufstehen. Hm. Ich schau nochmal, was da los ist. Ach, da ist einer. Okay. Ja. Ups. Oh, okay. Bin unterwegs. Okay. Ähm. Das Ding hier ist zumindest clear. Da sind noch zwei. Weiß noch nicht, wie wir die wegmachen. Ähm. Okay, die kommen von der Seite. Das ist das. Kommen wir da nicht rüber. Wir müssen weggeputzt werden. Okay. Wir können ins Wasser gehen, natürlich. Das war die. Na. Na. Oh. Moinig voll. Easy buffet. Okay. Naja. Ähnlich. Ähm. Jetzt müssen wir erstmal die hier irgendwie ausschalten. Und nicht weg haben. Frage ist, kommen wir da irgendwo auch wieder ans Wasser? Ha, ha, ha. Wie machen wir die denn weg? Können wir mit dem Enter-Haken was machen? Ne. Irgendwie nicht danach aus. Okay. Hm. Können wir mit dem Gewehr was machen? Wir gehen auch nicht danach aus, ne? Wir können irgendwie nur da. Wir müssen sofort erleben. Bin unterwegs. Okay, die haben wir auch erledigt. Das funktioniert ja richtig gut. Also ein bisschen offensiver Spiel kann man durchaus das machen. Und der muss noch weg. Der muss noch weg. wird sofort erledigt. Ist wirklich safe, hm? Okay. Ah. Ich hab kein Messer. Ah, wo ist das Messer? Wo ist mein Messer? Wo fehlt das Messer? Schitte. Ich seh's leider nicht. Ah, da ist es. Dazu bin ich bestens geeignet. Ah. Zack. Okay. Okay. Wie sie befehlen. Okay. Okay, verdammt. Den kann ich so nicht wegmachen. Bin unterwegs. Dann gehen wir hier. Dann gehen wir hier ins Wasser. Okay. Das war Kinderkram. Okay. Auftauchen geht. Okay. Die haben wir... Hätten auch... Okay. Wir hätten einfach da runter gehen können. Macht nix. Wir durchsuchen die einfach mal. Bin unterwegs. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Bin unterwegs. Dann sieht's sogar sehr gut aus. Okay. Dann machen... Werden wir die jetzt mal versenken. Wie sie befehlen. Aufheben. Bin unterwegs. Ah, sehr gut. Das läuft richtig gut. Zwischen durch mal kurz heilen. So, jetzt schalten wir den aus. Dann schalten wir den aus. Und dann schalten wir den Rest hier auch aus. Pinguine. Guck mal. Pinguine. Wie cool. Pinguine. Sehr geil. Pinguine. Finde ich genial. Ich bin dabei. So, nehmen wir den jetzt. Und der hier ist ein Problem. Stehen eventuell dahinter Kill. Aber das muss wirklich Timing sein. In der da ist. Den killen und den dann irgendwie verstecken. Ja. Okay, der hat den jetzt. Ist in Ordnung. Bitte nicht sehen. Bitte nicht sehen. Ach, shit. Ja. Okay, kein Alarm. Okay, alles klar. Den... Ja, weg damit, Mann. Der muss weg. Erst mal Kinder. Schnell mal entsorgen. Wie sie befehlen. Schnell erst mal das holen. Okay, ähm... Checkung. Das hilft. Ah, sehr gut. So, wieder was erledigt. Okay, eins, zwei. Den kriegen wir da wahrscheinlich nicht. Müssen wir uns hier durchwühlen. Okay, der läuft da lang. Alles klar. Okay. Kein Problem. Wird sofort erledigt. Ja. Wenn wir den natürlich da oben killen, ist doof. Ja. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Okay, das klingt nur noch ein Problem. Jetzt werden wir den da auch noch ausschalten gleich. Okay, Muni. Mitnehmen. Und wegbringen. Dann haben wir hier schon mal den ganzen Vorplatz fast leer. Eins, zwei, drei, sehe ich, vier, fünf, sechs, sieben. Plus, was da im Haus noch ist. Bei dem machen wir auch noch weg. Wird sofort erledigt. Ja. Wie sie beziehen. So. Okay. Wir wollen ganz kurz wieder gehen. Okay. 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 Dazu bin ich bestens geeignet. Okay. Der sieht uns. Natürlich doof. Wird sofort erledigt. Weil ich möchte gerne mein Messer wiederhaben. Bin unterwegs. Immer in den toten Winkel. Bin unterwegs. Kriege ich den? Ne, kriege ich nicht. Ich bin dabei. Okay. Dann lassen wir den da liegen. Ja. Dann lassen wir den da liegen. Ist egal. Okay, dann haben wir die erste Seite schon mal clear. Jetzt geht's weiter. Wie sie befehlen. Na, wo ist er denn? Okay. Hellspack einpfeifen. So, da ist das Schiff. Da sind Typis. Du zuvor erledigt. Saven. Das war's. Okay, lass mal gucken, ob der Pionier hier drin ist. Ich glaube, der war in einem von den Häusern. Die müssen wir auch irgendwo ausschalten hier. Lass mal checken. Sieht gut aus. Alles erledigt. Was haben wir denn hier? Feines? Haben wir hier irgendwas? Hier können wir uns zumindest aufwärmen. Aber hier ist nichts drin, ne? Alles erledigt. Bin unterwegs. Nee, halt hier lang. Bitte, 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 bitte geh rum. Danke. Kann man hier hin? Doch, hier ist auch. Dazu bin ich bestens geeignet. Check mal das ab hier. Ach, das ist doch mal ein Pionier, ne? Hallo. Ja. Ach so, ich muss mit ihm sprechen. Okay. Sprechen wir mit ihm? Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der entkommen konnte. Wir müssen diesen Zerstörer lahmlegen. Sprengen wir den Maschinenraum. Sprengstoff finden wir auf der anderen Seite des Schiffes. Wir sollten den Ballon benutzen, um dorthin zu kommen. Wir müssen die Enigma Schiffriermaschine und die dazugehörigen Kots in Sicherheit bringen und dem Zerstörer nach den Walzen suchen. Wenn wir alle drei Teile haben, können wir den gesamten deutschen Funkverkehr entschlüsseln. Ich glaube, der Sarge wird ganz in der Nähe festgehalten. Wir sollten ihn rausholen. Mhm. Ja. Gute Idee. Im Großen und Ganzen. Okay. Das war Kinderkram. Genau. Okay. Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir weiterkommen. Legen wir erstmal den Rest lahm. Weil du hast ja nichts, ne? Genau. Du hast nur die Knarre. Das ist natürlich... Ging schnell, oder? Äh, ein bisschen wenig. Geschafft. Äh... Bereit. Genau. Du gehst mal raus. Du musst den Rest killen. Ich bin unterwegs. Äh... Eins, zwei... Dann holen wir uns den zurück. Der patrouilliert. Aber ist kein Problem. Den holen wir uns ohne Probleme. Bin unterwegs. Nimm ihn mit. Okay. Bring ihn mal dahinter. Ablegen. Okay. Nimm mit. Winterkleidung. Komm mal raus. Okay. Hol dir mal die Winterkleidung. So, okay. Äh, nimm mal den mit. Warte. Okay, bring den mal weg hier. Komm, entsorg den mal. Ja, komm wieder hoch. Pionier, go. Ähm... Warte, bis der da ist. Und dann machen wir den weg. Hier unten noch zwei. Drei. Dann müssen wir wirklich timen. Ah, da oben. Mh... Dafür bin ich ausgebildet. Okay. Du bleibst hier. Bereit. Das war's. Okay, da ist die Tür. Da müssen wir noch... Da sind noch zwei. Ja. Äh, nee. Hier wollen wir nicht gucken. Wir wollen nur gucken. Bitt unterwegs. Alles erledigt. Da ist ein Typi. Alles erledigt. Schon mal aufs Messerchen setzen. Bin unterwegs. Mhm. Ja. Na, ob wir da rankommen? Ich hab nix zum Ablenken. Das ist doof. Ah, umnieten oder versuchen... Wie Sie befehlen. Hm? Okay, geht. Bin unterwegs. Ach, sehr gut. Hat geklappt. Geil. So. Bin unterwegs. Was haben wir denn da? Du hast den. Gucken wir mal allgemein, was hier ist. Äh, da geht's raus. Bin unterwegs. Jetzt könnten wir eigentlich den Pionier hier reinholen. Oh. Äh, Ration. Nehmen wir auch mit. Äh, sonst noch was hier Interessantes? Ne, sieht nicht danach aus. Okay, jetzt holen wir mal den Pionier hier rein. Ich höre. Sozusagen nachrücken. Okay. Nicht stehen bleiben. Kein Problem. So. Auf geht's. Aufstehen. Pionier. Ah ja. Hol dir das mal. Du brauchst Bewaffnung. Betäubung. Erledigt. So, was ist das hier? Ähm, Betäubungsmittel. Okay, hast du auch. Jetzt guck dir den Typ hier nochmal an. Ah, zack. Sehr gut. Okay, okay. Okay, jetzt müssen wir uns zusehen, dass wir den Typen da wegkriegen. Vorher save ich nochmal. Ich bin dabei. Habe ich jetzt kein Messer mehr, oder was? Ich bin dabei. Jetzt ist das Messer wieder weg. Ich werde irre. Äh, wo ist das Messer? Äh, wenn man das Messer sucht, ne? Jetzt hat er wieder was zu viel. Ah. Dann gib dir mal was ab. Tatsächlich. Äh, Ration. Gib dir mal was ab. So. Jetzt hol dir dein Messer wieder. Das war's. Und raus. So, eins. Wird sofort erledigt. Ja. Checkung machen. Der andere steht ja da still und stumm. Das ist okay. Wie sie befehlen. Okay, den haben wir auch. Ja. Der sieht den. Nicht gut. Okay, dann müssen wir den erstmal wegtransportieren. Okay. Genau, der Sarge müsste da drin sein. Dazu bin ich bestens geeignet. Okay, Muni und so weiter. Äh, nimm den mal mit. So. Ausrüstung. Ein kniffliger Job. Okay, nimm mal. Ähm. Nimm mal dat mit. Dat kann weg. Und nimm mal das Gewehr mit. So. Okay. Alles klar. Kumpel, hast du dein Messer? Ja, hat er. Alles gut. Jetzt kümmern wir uns um den Rest. Vom Schützenfest. Ich sehe zwei. War ich da oben schon drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ja. Bin unterwegs. Ähm. Ja. Der steht hier nur rum oder was ist das hier mit dem? Ja. Und der macht irgendwie gar nichts? Bin unterwegs. Okay, whatever. Dann gehen wir raus. Das war's. Okay, der dreht seine Runde. Den können wir wegpusten. Äh. Den holen wir uns auch, wenn er hier ist. Ah, da hinten ist auch noch ein Typi. Du sofort erledigt. Ja, dann können wir uns erstmal den jetzt gleich holen. Ja. Bin unterwegs. Und komm. Nur ein Stück. Ah, lass ihn umdrehen. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Der Sichtkegel ist gefährlich. Und den bringen wir auch mal da rein. So, okay. Alles klar. Und tschüss. Dazu bin ich bestens geeignet. Alles klar. Wieder was für ihn hier. Okay. Müssen dich ja auch equippen. Erledigt. Alles klar. So, den haben wir auch. Klappt ja sehr, sehr gut momentan. Mach mir nur ein bisschen Sorgen um die zwei da oben. Äh. Da ist. Obwohl, die könnte ich ja eigentlich wegputzen. Äh, ich glaube es zumindest. Dass die wegpuste. Äh, da hinten. Den Typen können wir auch wegmuten. Äh, gehen wir mal auf den Wehr. Ja. Okay. Ja. Kurz und schmerzlos. Ähm, warte mal. Halt mal, stimme mal auf. Ja. Okay, hier war, glaube ich, nix drin. Ne, alles klar. Hier können wir raus. Da ist nix. Wie sie befehlen. Da mal drehen. Bin unterwegs. Mhm, mhm. Das war's. Hm. Hm. Spielzeug. Okay. Was ist denn das? Alliierte Schneekleidung. Okay. Alliierte Schneekleidung. Alles klar. Okay, doki. Okay. Wechseln wir mal. Wechseln wir mal. Gehen wir mal raus. Geschafft. Das ist es. Ne, das ist nicht. Da hinten ist es. Bring den mal hier rein. Ähm. Ja, Sir. Du, Muni. Du, das. Du, das. 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 Gehen wir mal nochmal raus. Oh, dem ist kalt. So, okay. Ablegen. Und jetzt guckst du dir den bitte auch nochmal an. Ja, Sir. So, alles klar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf geht's. Durchwechseln. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kümmern wir uns um den anderen Kram. Dann haben wir noch hier diesen Typi. Und dann sind da noch zwei. Hinter der Tür. Und bei dem Ballon. Und da oben auch noch einen. Müssen wir uns erst mal. Mit dem Ballon. Dann müssen wir die mal irgendwie außen. Na ja, oben werden wir wohl nicht lang kommen. Wird sofort erledigt. Dann müssen wir den Sarge befreien. Ja. Das muss aber leise passieren. Bin unterwegs. Weil dahinter ja noch zwei sind. Okay. Den legen wir mal ab hier. Halt, ablegen. Wird sofort erledigt. Moni nehmen wir gerne mit. So, und jetzt haben wir da noch zwei. Ein kniffliger Job. Ach was. Geh mal raus. Ja. Alles im Griff. Okay. Ja. Geh mal aufs Gefähr. Nicht ausgebildet. Okay. Auftrag erledigt. Äh, mach mal. Okay. Nur falls es schief gehen sollte. Okay. Zu Ihren Diensten. So, looky, looky. Geht nicht. Das war Kinderkram. Mhm. 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 Okay, haben wir irgendwas zum Ablenken. Nee, hat er nicht. Ein kniffliger Job. Und Slasher. Bereit. Mhm. Kein Problem. Okay, einwandfrei. Super. Wenn man erstmal weiß, wie das Ganze funktioniert, dann geht es auch echt gut voran. Ah, kippen und Schlüssel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Und eine Flasche können wir noch mitnehmen. Auch noch. Oder? Kein Problem. Gribbel, gribbel. So, jetzt haben wir hier offen. Auf geht's. Leg dich mal hin. Ja. Okay. Ähm, das musst eigentlich du machen. Okay. Na, kippe, grabbe mit dem jetzt hier. Bin unterwegs. Ja, safen. Also okay, mach mal. Müssen wir nämlich tauschen. Ähm. Du, die Granators gegen Schlüssel. Ja. Na, zack. Bin unterwegs. Hm? Ja. Na, komm rum. Dazu bin ich bestens geeignet. So, sehr gut. Kippen. Muni. Ist klar, das lassen wir mal. Ja. Wir brauchen einen Schlüssel wieder. Ein Messer. Leg den mal ab. Ist ansonsten anscheinend nix. Oben ist was. Das war's. Bin unterwegs. Okay, Messer haben wir. Durchsuchen. Munition. Und das. Bin unterwegs. Alles klar. Drehen. Drehen. Ich bin dabei. Safen. So. So. Gribbel, gabel, gabel, gabel. Dazu bin ich bestens geeignet. Danke. Die wollten mich da draußen verrecken lassen. Ach was. Wir müssen alle befreien, bevor die Deutschen merken, was los ist, oder keiner von uns kommt hier lebend raus. Sie verhören bestimmt schon den U-Boot-Kapitän. Holen wir ihn raus. Okay, der Barrett. Ich bin bereit. Meine Sache. Ah, Messer. Sehr schön. Knarre. Parker. Bisschen First Aid und das auch noch. Sehr schön. Kiste ist leer. Ähm. Yes. Knarre. Dann ist nur irgendwas. Nee, ne? Es ist leer. Okay. Ähm. In Deckung. Runter. Überlass das mir. Okay. 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 Erledigt. Okay. Geh mal rein. Kein Problem. Ja? Okay. Ähm. Raus. Auf geht's. Raus. Rum. Du zuvor erledigt. Ja? Aha! Los geht's. Okay. Wir müssen die hier wegpusten. Und was? Ah, ja. Okay. Den holen wir auch nochmal raus. Geschafft. Wie suffriert der denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Dafür bin ich ausgebildet. Kann er nicht wechseln, ne? Der ist am frieren. Das ist natürlich sehr ungünstig. Auftrag erledigt. Auf geht's. Okay, ähm. Wir stehen zur Verfügung. Bereit. Hm? Okay, schnapp ihn dir. Wir haben ein Kameraden erwischt. Bin unterwegs. Gut, die drehen sich ja wenigstens nicht um. Ich bin bereit. Okay. Messern. Auf geht's. Okay, alles klar. Leute. Bereit, Sir. Okay, let me bear it. Auf geht's. Nein, nein. Okay. Ist klar. Hol dir mal... Hol dir das mal. Ich bin bereit. Okay, nimm den mal. So, dann haben wir das schon mal. Die Frage ist, kommen wir da ohne Probleme runter oder nicht? Ich bin schon weg, Sir. Dann hol dir den mal. Okay. Hallo. Ablegen. Das ist mein Auftrag. Okay, der hat Knarre. Check den. Knarre. Check den. Knarre. Knarre. Okay, und Ihmchen hat auch noch einen auf dem Buckel. Okay, alles klar. Warte mal kurz. Ähm... Ah, ja. Okay. Wir hören. Okay. Dann mal los. Aller an Bord. Ja. Zu ihren Diensten. Okay. Dann hoch. Okay. Dann hoch. Und... Okay. Okay. Ja. Wir müssen eigentlich nur rein. Ich muss die aus der Kälte rauskriegen. Da ist der Ballon. Da ist der Ballon. Verstehe. Wir müssten eigentlich da drauf landen. Den Sprengstoff holen. Bin unterwegs. Wir hören. Ähm... Kommen wir denn irgendwie hier ran? Vielleicht mit der Kette. Ähm... Okay. Wir gehen mal... Machen wir folgendes. Erstmal bringen wir den in Sicherheit. Dann gehen wir mit dem Typie da drauf. Bereit. Mit ihm hier. Ähm... Hat der das Ding im Inventar? Hat er. Das war's. Ich weiß nur nicht, ob er das nehmen kann. Bin unterwegs. Das geht sogar. Geil. Okay. Dann mal hoch. Bin unterwegs. Ah. So. Jetzt machen wir den weg. In den Ballon holen wir uns dann den Sprengstoff. Keine Sorge. Ja. Na, was haben wir hier? Ich bin dabei. Muni. Und ein Scharfschützengewehr. Uh. Geil. Scharfschütze. Alles klar. Damit haben wir das schon mal. Ob, ob, ob. Da läuft einer lang. Eins, zwei. Da oben ist auch noch einer. Kommt man auf die andere Seite. Ja. Ich bin unterwegs. Ähm. Die Frage kommt. Ja, wir kommen nochmal rum. Bin unterwegs. Dann nocken wir den jetzt auch aus. Ja. Okay, ähm. Hehehe. Bin unterwegs. Nein. Okay. Hardcore-Methode? Warum nicht? Nein. Alle erledigt, Alter. Okay, da oben ist noch. Die zwei. Das war Kinderkarten. Hm. Okay, ähm. Dich haben wir. Bin unterwegs. Hm, das bleibt. Nimm das Messer. Ganz wichtig. Nix. Okay, die brauchen wir. Ja. Safen. Da kommen wir runter, um an den Dings ranzukommen. Verstehe. Hm, wie kommen wir aber an dich da ran? Ah, da wahrscheinlich hoch. Ja geht. Und dann da. Alles klar. Okidoki. Verstehe. Ich bin dabei. Machen wir die Type jetzt erstmal weg hier. Dazu bin ich bestens geeignet. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Okay, haben wir auch. In Ordnung. Äh, drehen. Da ist noch ein Typi. Bin sofort erledigt. Okay, den haben wir auch erledigt. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Okay. Den haben wir. So, sehr, sehr gut. Okay. Ein Sprengstoff. Alles klar. Wir können hier runter gehen. Ja. Und dann die Typis hier wegbäschen. Ich fürchte, das ist unmöglich. Ach, Quatsch. Bin unterwegs. Okay, runter. Schalten wir erstmal alle aus. Hier kommen wir nicht runter, ne? Wie sie befehlen. Ah, doch. Geht. Okay. Wir nocken die alle aus. Wie sie befehlen. Ja. Das war's. Okay. Gucken, ob die sich jetzt wieder beruhigen. Wie sie befehlen. Okay, der ist... Ich will mir nur mein Messer wieder haben. Ich will nur das Messer wieder haben. Mehr will ich doch gar nicht. Bin unterwegs. Ja, nur das Messer wieder haben. Dazu bin ich bestens geeignet. Ja. Komm hoch. Das war's. Das war's. Mann, komm schon. Alles erledigt. No, optimal ist natürlich anders, ne? Dazu bin ich bestens geeignet. Optimal ist anders. Das war's. Okay. Schnapp dir den. Na, legen ab. Ich bin dabei. Okay. Ähm. Den haben wir. Wir könnten jetzt hier landen. Und das Ganze dann... Ja. Geh rüber. Du gehst hoch. Dann müssen wir uns irgendwo einen Zugang suchen. Gucken wir mal hier, was hier ist. Was ist denn da? Äh, wie. Ich möchte vielleicht erst mal ins Warme kommen oder so. Okay, da schleicht wir, aber wir können uns zumindest da mal reinbewegen. Mein Gott. Alle so angustiert hier. So, okay, hier sind wir erst mal safe. Ähm, halt... Ist hier ein Quatsch? Nein. Zumindest können wir hier warten. Okay. Ah, ja. Befehle, Sir. So, alles klar. Marsch, marsch. Ah, das Problem ist... Dann los, Sir. Der kann ja den Dings gar nicht, äh, fahren, ne? Sind schon unterwegs, Sir. Auf geht's. Ja, schnell rein. Auf geht's. So, er ist wieder fit. Wie sieht es denn aus? Inventartechnisch, Sprengstoff, ja. Ja, hm, hm. Äh, der hat Granatus. Ich weiß halt nicht, wie viel wir davon brauchen. Das ist das Problem. Ah, das lassen wir mal so. Okay, alles klar. Du raus. Du dahin. Du gehst jetzt mit dem, ähm, Ballon das Ding holen. Dazu bin ich bestens geeignet. Safen. Nicht vergessen. Mal abheben. Runter hinfliegen. Dann komm. Na, komm. Oh. Ernsthaft jetzt? Nicht, nicht da drüber, ne? Wo sind wir denn? Die sind da, ja. Ah. Na, runter. Okay, mach da nicht. In Ordnung. Egal. Okay, dann landen irgendwo. Dann raus. Scheiße auf das Bonus-Ziel. Ne, 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 ne. Da geht's nicht lang. Ist mir ein bisschen zu heiß. Ja. Wie sie befehlen. Wie sie befehlen. Okay, marsch, marsch. Bin unterwegs. Eins, zwei, und Granaten. Noch mehr Sprengstoff. Wie soll ich das alles transportieren? Okay, ja. Ja. Gehen mal da hin. Bin unterwegs. Warte mal kurz. Ähm. Okay, warte mal. Hat man Granate? Ach, der kann keine Granate werfen. Ah. Bin sofort erledigt. Der kann keine Granaten werfen. Ja. Okay, dann. Gehen mal da hin. Schnell, schnell, schnell. Und dann können wir mal um das Boot. An sich. So. Bin unterwegs. Na. Du brauchst das. Müssen dich mal wechseln. Weg damit. Weg damit. Du bist der Granaten-Fuzzi. Du bist Sprengstoff. Zack. So. Okay, machen wir mal so. Kippies. Kein Problem. Schlüssel. Kein Problem. Das bleibt. Das bleibt. Der hat hier auch so'n nass Ablängssender. Fernsteuerung. Okay, eigentlich kriegt er das. Eins, zwei. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir haben da nicht mehr so'n. Wir haben da nicht mehr so'n Platz. Wir haben da nicht mehr so'n Platz. Okay. Okay. Oder doch. Mal gucken. Okay, Junge. Ja. Sprinte mal los. Und hol dir den Rest vom Schützen fest. Du sofort erledigt. Zack, 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 muss das gehen. Wird sofort erledigt. Wie Sie befehlen. Oh, mach das leer. Okay, nix. Mehr Sprengstoff. Noch mehr Sprengstoff. Ich werd irre. War gut, dass wir den leer gemacht haben. Okay, alles klar. Ich bin dabei. Da, wo willst du denn lang, Junge? Mensch. Ja. Ja. So, okay. Gehen wir hin. Und dann geht's weiter mit Mäuchelei. Dann gehen wir nämlich da gucken, was da Faktum ist. Und dann gehen wir ins Innere des Schiffes. Das ist auch noch ne Menge. Was wir hier zu tun haben. So, okay. Alles erledigt. Alles klar. Oh, wie. So, dass er so viel Zeugs mit sich rumschleppt. Aber weg. Ähm. Da auch so viel Zeugs mit sich rum. Das brauchen wir nicht. Ähm. Und das können wir mal so wegpacken. Schlüssel. Okay, du kannst das mal wegpacken. Kriegst dafür die Dose. Ähm. So kann er das nicht zweimal tragen. 60. 90. 90. 90. 90. Okay. Der hat jetzt das. Ähm. Das war's. Ähm. 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 Okay. Das weg. Das dahin. Ähm. 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 Okay, was hast du denn da noch? Okay. Alles Klärchen. Wo hat er sein Messer? Der hat wieder kein Messer dabei. Ich werde irre. Aha, okay. Auf geht's. Okay, das Deck haben wir durch. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang gehen. Hier könnten wir auch nochmal reingucken. Bin unterwegs. Ah, da geht's rein. Das war's. Bin unterwegs. Okay, da ist es auf andere Seite. Okay. Alles klar. Okay, genau. Okay, jetzt gucken wir hier nochmal rein, bevor wir da weitermachen. Sieht gut aus. Jedes Mal, ne? Das war Kinderkram. Okay, da ist wieder ein Typ hier, den wir nicht meucheln können. Bin unterwegs. Okay, dann haben wir hier vorne das ganze Gedöns. Wahrscheinlich mit der Brücke. Dazu bin ich bestens geeignet. Süd 1. Ja. Okay, da ist nix. Okay, das können wir lassen. Ähm, das wird jetzt interessant. Ich bin dabei. Ah, okay. Okay, sind wir hier. Wird sofort erledigt. Ah, der ist gefährlicher. Wie Sie befehlen. Bin unterwegs. Okay. Überhaupt kein Problem. Ähm. Dazu bin ich bestens geeignet. Okay. So, dann haben wir den. Okay, der kommt. Ja. Ah, der ist egal. Okay, mach den mal, was immer das auch ist hier. Alles erledigt. Ah, guck mal einer an. Bin unterwegs. Das ist ja geil. Ja. Nee, du kannst ruhig dahin. Das ist kein Problem. Da ist ja nix. Wie Sie befehlen. Äh. Bin unterwegs. Ah, hat geklappt. Bin unterwegs. Moni. Moni, okay. Ich weiß nicht, ob das hier der Maschine rum ist. Ob das das ist. Wir werden es ja gleich erleben. Okay. Ähm. Ah, ja. Okay, Jungs. Befehle, Sir. Dann wollen wir mal. Genau. Dann geht ihr mal runter. Abmarsch. Aber da hinten geht es weiter. Aber ich glaube nicht, dass das der Maschinenraum ist. Los, Jungs. So. So. Sehr gut. Du gehst jetzt da hin. Halt. Tür zu machen. Du zuvor erledigt. Tür zu machen. Ja. Lucky, Lucky machen. Das ist der Maschine rum, oder? Eieieieieiei. Eieieieiei. Okay. Alles erledigt. Äh, hinlegen. Ähm, eins. Ja. Ja, das ist der Maschine rum. Glaube ich doch zumindest. Der pinselt da. Eins, zwei, drei. Okay, den können wir wegholen. Der andere kommt jetzt rum. Okay, wenn der, wenn der ist. Ähm. Ich bin dabei. Alles klar. Ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Oh. Bin unterwegs. Treib da doch mal was rein, Mann. Oh. So, warte mal ganz kurz. Ein kniffliger Jump? Mhm. Geh mal da hinten hin. Ach, du hast nur die. Okay. Nee, nicht so schlimm. Äh. Warte mal. Ach, du bist... Okay. Achso, nee. Das war schon okay. Geh mal da hin. Okay. Und X. X sollst du machen. Das ist es. Okay. Ähm. Du. MP. Mach's bitte auch mal X. Dann sind sie im Kurzfeuer. Bereit. Äh. D-d-d-d-d. Safen. Nein. Ähm. A. Ich bin dabei. Okay. Hol dir das mal. Wir haben ein Kameraden. Bin unterwegs. Okay. Ist alles klar. Hier ist das Alarm. Wir haben uns angegriffen. Bin unterwegs. Na, komm ruhig. Mhm. Mhm. Na, komm ruhig. Ist okay. Komm, mach doch die Tür auf. Ich bin dabei. Ja. Ich habe hier eine schöne Falle für dich. Hm. Will wohl nicht. Dazu bin ich bestens geeignet. Äh, die zwei stehen. Ah, jetzt kommt er, oder was? Alles erledigt. Bin unterwegs. Na, komm. Na gut. Ähm. Dazu bin ich bestens geeignet. Bin unterwegs. Ja. Okay. Bin unterwegs. Warum? Hm. Ja. Wie bitte? Aha. Na klar. Okay, dann, äh, mach dich mal da hin. So. Okay, alle müssen angeschlagen. Das ist nicht gut. So, der Green Barret kann sich auch heilen. Auf geht's. Okay. Erst mal ganz kurz gucken. Äh, Checkung machen. Bin unterwegs. Null Muni. Null Muni. Bin unterwegs. Okay. Gut. Ruhig aus. Ja. Okay, ähm, da geht's weiter. Ich denke mal, dass das hier richtig ist, was ich vermute. Nichts zu machen. Okay. Lass mal Lucky Lucky machen. Einer. Einer. Ja. Okay. M. Und... X. Das war's. Okay. Okay. Jungs, ähm... Hier, hör. Könnten wir hier durchkommen? Äh, der Babbitt darf gerne aufstehen. Ich denke mal, dass das hier, das ist mit dem, äh, Sprengstoff. Okay. Gehen wir mal gucken, ob wir hier was machen können. Dafür bin ich ausgebildet. Okay, haben wir. Eine hätten wir ja noch. Ja, der ist da safe. Okay. 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 Wenn du... Jetzt hast du noch was anderes außer die Knarre? Nein, hat er nicht. Er hat nur die Knarre. Das ist doof. Ah. Okay. Ähm... Ja, Sir. Leg dich mal hin. Erledigt. Und X. So. Du gehst jetzt mal dahin. Und checkst mal die Lage, wie es da aussieht. Kannst du da die Lage checken? Fragezeichen. Sieht immer noch aus wie eine Tür, oder? Ja, kann er. Okay, da ist einer. Zwei. Okidoki. Da sind zwei. Das war's. Alles klar. Ähm... Das ist mein Auftrag. Oh. Okay, leg den ab. Überlass das mir. Okay, das ist schon heftig. 1, 2, 3. Wir müssten eigentlich aus zwei Richtungen angreifen. Um die hier wegzumachen. Oder wir schmeißen einfach eine Granate rein. Überlass das mir. Okay. Äh, holen wir mal jähnchen. Okay. Ähm... Na klar. So, okay. Äh, du hast bitte X. Ich höre. Wo hat er denn seine Granaten? Ja. Ah. Ja, Sir. Kein Problem. Na komm. Wir haben einen Kameraden. Na komm, hier, komm. Auftrag erledigt. Neu. Okay. Okay, Grenadier. Ja. Erledigt. Das ging ja gut. Das ist es. Dann haben wir das hier schon mal clear. Erledigt. Okay, den haben wir auch clear. Und jetzt kannst du auch stehen. Naja, oder auch nicht. Kein Problem. Okay. Und da haben wir noch die Knarre. Alles klar, Jungs. Bereits, Sir. Beide aufstehen. Okay. Aufstehen. Hab ich gesagt. Befehle, Sir. Hör mal raus. So, das ist gut. Da ist die Bombe. Auf geht's. So, zack. Okay, wo ist Niemchen? Zu ihren Diensten. Locken. Eins. Okay. Alles klar. Na, mach die Tür auf. Bin unterwegs. Nein. Und Schiss. So. Schauen. Ich bin nicht bestens geeignet. Ah, nicht genug Muni. Ist ja doof. Ähm. Haben wir hier noch irgendwo was? Nee, kann man nicht. Aber hier geht's hier aus. Ist da noch was drinne? Nee, da ist er safe. Das war's. Okay. Okay, Jungs. Wir hören. Gehen durch. Da geht's nochmal weiter runter. Sind schon unterwegs, Sir. Hm. Schade, dass ich die nicht im Verbund auswählen kann. Hm. Hm. Okay. 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 S. Und du machst einfach mal die Tür auf. Ah, sehr gut. Wie gesagt, wir ballern uns hier, wenn es sein muss, auch durchs ganze Schiff durch. Oh, ein Schlüssel. Knarre mitnehmen. So. Ja, das eine ist für den, ähm... Ah, ja. Nein, ähm... Für den Dingsbums. Das ist es. Äh... Okay, du kannst mit. Kein Problem. Äh, nochmal Schlüssel. Das ist ja Wahnsinn. Kein Problem. Hm, Moni. Okay. Hm. Das ist es. Okay, das ist in Ordnung. Ich bin schon weg, Sir. Grabbel den mal weg da. Grabbel den mal dahin. Bin schon weg, Sir. Nix. Okay. Äh... Flintenmunition. Können wir auffüllen. Sehr schön. Da ist nix. Da ist nix. Überlass das mir. Schauen wir uns mal die Boys an. Klippen. Okay, die können wir mitnehmen. Ähm... Nimm den mal mit. Bring den mal zu der Leichenhalle. Ich dachte eigentlich, ähm... Das würde jetzt hier so sein, dass... Das jetzt hier hinter irgendwie... Die, äh... Dings kommen. Mal ein bisschen schneller. Ah, hier sind unsere Jungs. Sehr gut. Okay. Äh, dann machen wir mal. Das ist mein Auftrag. Aufwachen. Nein, verstanden. Ja, machen wir alle... Machen wir alle Fusch hier. Fehlt uns ja nur noch der Käpt'n. Und dann können wir ja eigentlich theoretisch abhauen, ne? Ist erledigt. Mhm. So, hören wir mal mit ihmchen. Wir sollten dem Hauptquartier mitteilen, dass wir eine funktionstüchtige Enigma-Chefriemaschine erbeutet haben. Dann bekommen wir mit Sicherheit Unterstützung, um das Gerät heil nach Hause zu bekommen. Gehen wir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Überlass das mir. Okay, jetzt sind wir komplett, oh. Sind bereit. Ähm, gehen wir schon mal weiter. Retten Sie den Spion. Bergen Sie die drei Teile der Enigma-Chefriemaschine. Retten Sie den Kapitän. Verwenden Sie das Funkgerät im Lager. Zerstören Sie den Maschinenraum. Okay, das ist ja alles jetzt kein Problem. Okay, da war aber... Wie bitte? Genau, da gehen Barrett. Also wir brauchen die drei Teile noch. Da müssten wir eigentlich... ...versuchen... ...nochmal Checkung. Sieht gut aus. Dann gehen wir mit hoch. Da ist noch eine Tür. Oh, nochmal Sprengstoff. Check mal ab, wo das hier lang geht. Da geht's nochmal nach oben. Mh-hmm. Okay. Mann, alles klar. Da sieht's... ...safe. Ah, fast. Ah, dass ich immer auf dieses blöde Ding komme. Jetzt schauen wir da nochmal. Mhm. Okay, okay, okay. Alles klar. So, das ist der Spion. Unterwegs. Ähm... ...pa-pa-pa-pa. Du kriegst wenigstens das mal. Ja. So, du bist safe. Genau, du. Kriegst das. Und wenigstens das schon mal. Sehr gut. Ja, Sir. Okay. Der Spion kann sich ja verkleiden. Ich? Äh, grabbel, grabbel. Guck mal, was du machen kannst. Ah, ja? Okay. Als Soldat. Sehr gut. Okidoki. Ähm... Okay, ich brauche definitiv... ... ihn hier. Leg den ab, den Vogel. Den wollen wir noch nicht haben. Dazu bin ich bestens geeignet. Okay, der hat das auch nicht. Du sollst nach oben. Okay. Easy Befehl. Okay, äh, du gehst da. Ich brauche den Pionier. Brauche ich aber auch nach oben. So, der hatte hier nämlich noch was zu holen. Dafür bin ich ausgebildet. Ja, genau. Und dann mit noch jede Menge Sprengstoff und Granaten. Äh, Sprengstoff. So, Befehl. Was ist denn das hier für einer? Offizier. Ja, Sir. Okay. Ja? Du kannst den nochmal tragen. Dafür bin ich wie gesagt. Nimm mal mit den Krempel. Okay. Äh, du hast ja nicht allzu viel Munition. So, du bleibst da. Der Barrett. Schaut nochmal nach oben. Zwei. Okay, zwei. Ähm. Aha. Gut. So. Der ist erledigt. Meine Sache. Muni. So, robben wir uns an dem hier ran. Aha. Meine Sache. Kill. Meine Sache. Okay. Den haben wir auch. Aufstehen. Aha. Da draußen. Okay. Das ist draußen. Ist erledigt. Ähm. Mal gucken, wo es da lang geht. Meine Sache. Mhm. Ist hier zwei. Ist erledigt. Okay. Ähm. Haben wir da hinten noch was zum Gucken? Ja, haben wir auch. Uh. Da sehe ich nochmal zwei. Mit einem Offizier. Ist erledigt. Gut. Können wir doch mal gehen. Überlass das mir. Okay. Hier ist nix. Aha. Das ist draußen. Okay. Ist erledigt. Nichts besonderes. Okay. 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 Den haben wir. Ähm. Hier oben war es jetzt, ne? Kompliziert. Meine Sache. Zwei Stück. Drei Stück. Drei Stück. Ähm. Warte mal kurz. Ein kniffliger Job? Leicht knifflig. Okay. Okay. Was ist das? Ähm. War das hier oben? Ich glaube ja, ne? Ja. Okay. Alles klar da hinten. Wir brauchen nämlich deine Granaten. Okay. Okay. Erledigt. Wir brauchen deine Granaten. Okay. Das ist es. Das ist es. Ja, ja, ja. Ruhig, 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 ruhig. Okay. Wir haben uns angegriffen. Wir haben einen Verlust. Na komm. Wir haben einen Kameraden errichtet. Wir haben uns angegriffen. Ja, ja, ja. Komm. Okay, der Green Barrett. Wir haben einen Verlust. Wir haben einen Kameraden errichtet. Der Green Barrett. Meine Sache. Wir haben uns nicht um den anderen Kram. Wir haben einen Verlust. Ja, ja. Wir haben einen Kameraden errichtet. Das war's. Wir haben einen Verlust. Ach, hör auf. Wir haben einen Kameraden errichtet. Erledigt. Sehr gut. Sehr gut. Gut, dass ich den positioniert hatte. Ich steh mal auf. Komm, das geht sonst zu langsam. Nix. Ich weiß nicht, wo diese blöde Dechiffiermaschine ist. Hier ist nämlich nix. Kippen nehmen wir mit. Gut. Das nix. Äh, unser Munition. Erledigt. Meine Sache. Ah, da oben. Erledigt. Okay. Meine Sache. Ist erledigt. Nein. Kein Problem. Gut. Checkung. Okay, stell mal auf. Erledigt. Äh, ist ja noch irgendwas außer hier. Okay, da ist ein Teil. Und die Enigma, haben wir die schon? Warte mal kurz. Die drei Teile der Enigma-Chiffiermaschine. Ja. Gut. Mhm. Ne, das ist es nicht. Ach. Äh, wieder rein, bitte. Äh, bop, 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 bop. Nix weiter. Außer hier nochmal gucken. Alles klar. So nix. Ah, da geht's nochmal hoch. Ähm. Ah, ja. Dafür bin ich ausgebildet. Steh mal auf. Ah, nix, ne? Erledigt. Der ist auch voll. Äh, wer ist denn noch in der Nähe? Das ist er. Ja. Ja, der Barrett. Ich. Der ist bei den Boys. Das ist in Ordnung. Geh mal ein bisschen weg da. Zu befehlen. Ähm. Geh mal nach oben. Okay. Verstanden. Äh, mal ganz kurz gucken, wo die denn lang sind. Hier. Okay. Genau. Äh, dann, äh, dahin. Bin auf dem Weg. Äh, dann, dahin. Ich bin nie geschaffen. So, okay. Ja. Haben wir auch. So, die Enigma haben wir. Oh, das hat sich erledigt. Okay. Retten Sie den Kapitän. Verwenden Sie das Funkgerät im Lager. Zerstören Sie den Maschinenraum. Alles klar. Okay. Okay. Alles klar. Mal aufstehen. Okay. Okay. Oh. Ah, die Kollisionsabfrage. Das ist es. Alter, das macht es auch nicht leichter. Okay. Oh. Okay. Das haben wir schon mal. Der Barrett ist ja auch noch da. Meine Sache. Schnapp dir das. Schnapp dir das. Bereit. Äh, wo ist der? Er ist bei den Leuten. Er ist da. Auf geht's. Hm? Na komm. Äh, nee. Das ist verkehrt, oder? Dazu bin ich bestens geeignet. Das ist sehr verwirrend hier gerade. Bin unterwegs. Boah. Das war's. Schieß doch mal, Mann. Und so war's nicht geplant. Alles erledigt. Mein Gott. Bin unterwegs. Und du solltest eigentlich zu den anderen hin. Raus stehen. Bin unterwegs. Okay, das ist nix. Hm? Wo sind denn die anderen jetzt lang? Bin unterwegs. Ah, okay. Also definitiv, da müssen wir rein. Ähm. Hm? Ich glaube, wir müssen hoch. Ähm. Ich bin dabei. Bin unterwegs. Ah ja, alles klar. Hier sind wir richtig. Hm? Alles klar. Ja, alles gut. Äh. Ist das jetzt für eine Ansicht? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ähm. Okay, wir müssen ganz hoch. Äh. Drehen. Hallo, Kollisionsabfrage. Ich bin dabei. So, jetzt aber hier oben. So, okay. Haben wir. Äh. Drei Teile. Retten Sie den Kapitän. Verwenden Sie das Funkgerät im Lager. Zerstören Sie den Maschinenraum. Alles klar. So, jetzt kann ich mit euch hier runter. Dann los, Sir. Auf. Jetzt kann ich da. Nämlich hin mit euch. Los geht's. Ähm. Ich glaube, jetzt kann ich mit euch da runter. Safen. Ja. Alles klar. Okidoki. So, jetzt geht's hier weiter. Äh. Wie noch haben wir denn da? Okay. Ähm. Das ist mir hier ein bisschen heiß. Nimm mal die... Ja, Sir. Okay. Wir gucken erstmal rein, ne? Kein Problem. Eins. Zwei. Okay. Okay, der kommt. Auftrag erledigt. Alles klar. Der Barrett. Wie bitte? Ja, wenn er mal die Tür aufmachen würde. Ist ja so schön, wenn man die anwählen könnte. Und, äh... Überlass das mir. Okay, ähm... Ja, visiert euch gegenseitig an. Gute Idee. Bin unterwegs. Quatsch. Stell dich da hin, Mann. Ja. Ach, da merkt man doch erstmal... Wie, äh... Alter, das Spiel doch wirklich ist, ne? Von der Steuerung her ist das schon echt heftig. So, Moon Barrett. So, okay. Drehen. Überlass das mir. Äh... Rationen... Etc. Okay. Ja, Sir. Kann da wieder nix sehen. Irgendwie wieder zwei... Verpackt. Wie gesagt, ist ja noch ne... Ist ja noch ne, ähm... Ne Beta. Und da ist es ja ganz normal. So, da ist ein Parker drinnen. Das ist gut. Ging schnell, oder? Auf geht's. So, das bist du. Ähm... Ja. Ich brauche aber eher dich momentan. Du brauchst auch so ein Parker. Sind sie verrückt. Na, geh doch. Ach. Ach, komm. Hallo. Du sollst... Dafür bin ich wie geschaffen. ...den anziehen. So, den haben wir. Bin auf dem Weg. Kinder leicht. Ja. Okay. Bin auf dem Weg. So, und du bist ja hier auch noch drin, ne? Okay. Äh, ne. Du musst in die Richtung gucken. Sonst bringt's ja nix. Äh, ah, damit. Kein Problem. Okay. Der Barrett. Auf geht's. Ich... Okay. Ach, Himmel, Arsch und Zuhren, sag ich nur. Okay, den haben wir jetzt aber auch. Das ist mein Auftrag. Geh mal da rein. Oh. Also, in engen Räumen ist das sehr, sehr... ...schwierig zu, äh, steuern, weil du siehst nix. Ich seh grad überhaupt nix. Äh, das ist schon... Überlass das mir. Da ist noch was. Da ist ne Ration. First Aid nehmen wir mit. Mach auf das Brett. Das ist mein Auftrag. Oh, jede Menge Zeugs. Äh, das ist ganz gut für ihn hier. Ja. Darfst aber aufstehen. Ration. Ja. Nimmst du das mit? Bombies. Kippen. First Aid. Ja. So, und hier seh ich wieder nix. Bin auf dem Weg. Hm, MP. Gift haben wir. Äh. Der schleppt zu viel mit sich rum. Der schleppt zu viel mit sich rum. Dafür bin ich wie geschaffen. Mhm. Okay, das ist der MP. Und jetzt hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Gucken wir mal, was hier los ist. Frag mich ja ernsthaft. Wo denn der, äh, gefangen gehalten wird, der Kapitän. Ich werfe nie das Handtuch. Boah, alles voll hier. Vier Schränke. Bin auf dem Weg. Also hier können wir gerade richtig gut abgrasen. In der Zeit. Secret. Nochmal Gift. Und nochmal ne Ration. Okay, ansonsten ist hier anscheinend nix mehr. Ja. Wo ist der Kapitän? Ja, das ist sicher auch so. Hauen wir ab hier. Dann los, Sir. Kommt jetzt. Ja, die Frage ist, wo ist der Kapitän? Ja, ich? Bereit. Hm. Okay, gehen wir mal nochmal da unten. Ah, jetzt sind wir wieder bei den, äh, Soldaten. Genau du. So, die haben wir. Da ist der Kapitän also nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Das ist das Problem. Äh, hier ist auch nix. Hier sind sie, haben wir sie rausgeholt. Dann los. Hier haben wir die Bombe gelegt. Hier ist auch nix. Abmarsch. Jetzt geht's nicht weiter. Da gangen wir einmal in den Kreis. Tja, wo ist der Kapitän? Fragezeichen, Fragezeichen. Wo ist der Kapitän? Na gut, dann erstmal hoch. Dann gehen wir mal zurück. Gucken, was da Faktum ist. Abmarsch. Hier haben wir ja auch gute Arbeit geleistet. So, da sind wir gekommen. Ne, das kann's ja nicht sein. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, wo der ist gerade. Dann haben wir doch noch nicht befreit, ne? Ne. Retten sie den Kapitän, ja. Sind wir hier? Hier waren wir ja. Wir werden es gut machen. Da gehen wir durch. Dann sind wir hier. Das bringt nix. So, dann können wir hochgehen. Dann sind wir hier. Dann haben wir da die Möglichkeit. Dann kommen wir raus. Das bringt nix. Okay, hier. Dann haben wir gerade durchgekommen. Ich kann hier aber auch nix sehen, irgendwie. Warte mal kurz. Ah. Da ist er doch. Vielen Dank. Wird langsam zur lieben Gewohnheit, mich zu retten, was? Wenn wir es alle bis zum U-Boot schaffen, können wir unter dem Eis entkommen. Wir sollten die Maschinen und die Generatoren der Geschütztürme ausschalten. Es wird leichter, wenn wir nicht unter Beschuss stehen. Okay, alles klar. Verstehe. Deswegen da ganz viele Sprengstoff. Abmarsch. Alles klar. Ich zeig's euch. Okay. Hätte ich mal gleich den Sprengstoff übergelegt. Okay, dann wollen wir mal. Sind wir da? Dann wollen wir mal. Marsch, marsch. Alle Mann weg. Also, wir müssen jetzt zum Funkgerät im Lager zerschönen den Maschinenraum. Alle müssen mit dem U-Boot fliehen. Schalten Sie die Buggeschütze aus, Hauptgeschütze aus, Heckgeschütze aus. Das ist mir egal. Ganz ehrlich, hauptsache, wir kommen durch. Können wir natürlich hier auch noch was hinmachen. Sind auf dem Weg. Pionier. Der hat ja noch. Kein Problem. Äh, mach mal. Bin unterwegs. Okay, der hat jetzt kein Dings mehr. Ähm, wie sieht's mit dir aus? Du hast nix, aber du transportierst doch was, ne? Genau, du transportierst doch was. Äh, wo ist er denn? Unterwegs. Hm, da ist der andere. Ja. Äh, geb ich dir mal was? Okay. So, jetzt kannst du nämlich hier wunderbar die Bombe legen. So, eins, zwei haben wir. Ähm, was bliebe dann noch? Maschinenraum, Buggeschütz, Hauptgeschütz, Heckgeschütze. Äh, okay. Okay, Alemann, Marsch. Vorhang auf. Mhm, 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 das sind die zwei. Müsste ich da unten noch zwei? Okay, ähm, Alemann, mal runter. Wir marschieren los. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Okay, ähm, geht mal rein. Okay, er ist noch da. Sind einsatzbereit. Zu ihrer Verfügung. Dann gehen wir mal. Machen wir. Ach, jemals. Auf. Ähm, raus. An die Arbeit. Ah, nichts weg hier. Los, Jungs. Okay, wir müssen da hinrennen. Los geht's. Von mir aus auch da lang. Ist mir egal, wie er rennt. So, alle gehen dann los. Sind schon auf dem Weg. Ich kümmere mich jetzt nicht um die Bonusziele. Ähm. Was ist los? Wie bitte? Zu Befehl. Okay. So, okay, ähm. Wie bitte? Du solltest doch irgendwo... Meine Sache. Gut. Gut gemacht, Jungs. Ihr habt bis jetzt großartige Arbeit geleistet. Aber es ist von absoluter Wichtigkeit, dass die Maschine samt Codes und Walzen so schnell wie möglich hier ausgewertet werden. Die Fahrt im U-Boot dauert zu lange. Sergeant O'Hara und Frenchy sollten nicht im U-Boot fliehen, sondern mit der Enigma hierher fliegen. Viel Glück, Männer. Auch das noch. Oh Mann. Okay, O'Hara und Frenchy mit der Enigma. Okay. Äh. Wer ist denn? Der hat das. Der hat das. Der hat das. Der hat das. Der hat die Teile. Der hat das nicht. Ähm. Pionier. Ist das notwendig? Okay. Der Spion und der Green Barret. Gut. Ist das der Spion? Sehr gut. Oh. Da bist du der Spion. Ja, das ist der. Okay. Ich höre. Dann geben wir den Spion jetzt mal ein paar Sachen mit. Kein Problem. So. Ein Teil der Enigma. Haben wir schon mal. Zu Befehl. Äh. Ne. Das ist Blödsinn. Wer ist denn? Wer hat denn? Der hat's nicht. Ja. Er hat denn die Enigma. Wie bitte? Er hat das Teil. Hat die Enigma der dann? Ja. Ja. So, okay. Äh. Ja. Okay, den stellen wir jetzt mal extra. Auf geht's. Der hat das. Du hast dann das Teil. Ne. Blödsinn. Du brauchst ja das. Und das. Okay. Das haben wir. Und der Green Barret hat, glaube ich. Genau. Okay. Genau. Du. Raus. So, du. Raus. Hier rein. Dann los. Äh. Du gehst zum Green Barret. Bin auf der Hootscher. Okay. Hier geht er erstmal rein. Wir safen. Und ihmchen. Knallt mal ein bisschen was hoch. Quatsch. So, Checkung. Erledigt. Okay. Alle müssen mit dem U-Boot fliehen. Green Barret und Spion müssen die Enigma mit dem Flugzeug wegbringen. Okay. Dann machen wir das noch. Allzeit bereit. Zug ihrer Verfügung. Okay. Alles klar. Dann mal los. Äh. Wo ist der Aufgang? Auf geht's, Jungs. So, mach mal. Und dann bringen wir den weg. Junge, wo willst du denn hin? Jetzt läuft der unten oben lang. Ich werde über. So, okay. Okay. Mal Checkung machen. Ähm. Buggeschütze. Buggeschütze habe ich leider nicht mehr. Da hat er auch gar nichts dabei. Ne? Genau. Genau. Scheiß auf die Buggeschütze. Wir holen uns jetzt das Flugzeug. Safen. Okay. Da ist noch einer. Gehen wir. Ja. Okay. Na, komm. Ja, komm. Ich bin schon weg, Sir. Oh, da kommt noch einer. Okay, der Barrett. Gut. Zu Ihrem Diensten. Ja. Barrett. Oh, tötet ihn doch immer, ey. Mein Gott. Aufstehen, kommt. Ab mit dem Flugzeug und Tschüss. Schmeiß an, den Propeller. Oh, tötet ihn doch. So, sehr gut. Damit haben wir diese Mission auch geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von der Gaming.TV. Bye, bye. Bis grad,ỡ pray. Also,... Nos auditory. Musik ... Untertitelung des ZDF, 2020